Es hat mir keine Ruhe gelassen. Und angeregt durch eine sehr anständige Diskussion. Anständig meine ich auch im Ausdruck. Also nicht, hey, was bist denn du für einer? Weißt du nicht, wie das geht mit dem CO2? Oder von der Rechtschreibung ganz abgesehen. Sondern ein Mensch, der sich wirklich mit dem Problem beschäftigt hat, da haben wir uns den Versuch, den ich schon mal durchgeführt habe, noch ein bisschen besser ausgedacht. Und zwar, um auszuschließen, dass die sichtbare Strahlung, also was man wirklich als Mensch auch sehen kann, sprich Sonnenlicht, wo ja auch sehr viel Wärmestrahlung drin ist, sonst wäre es ja nicht warm bei uns. Um das auszuschließen, haben wir uns Folgendes überlegt. Ich habe die beiden Behälter, die vom Versuch schon existierten. Also Leute, wenn hier oben links erscheinen, da könnt ihr drauf gehen, dann bleibt das Video hier stehen. Da geht ihr da drauf und ich werde dann zu diesem Video verlinken, also zu dem ersten Versuch, falls jemand es noch nicht kennt. Und dieses Ergebnis hat sich dann bestätigt, aber da komme ich dann drauf. Also das heißt, wir haben diesmal in diesem Fall einen Wärmestrahler genommen, einen Ofen, der um die 50 bis 70 Grad Wärme, also unsichtbare Wärme, Wärme, die man fühlt. Man sagt auch langwellige Infrarotstrahlung, sagen zum Beispiel, glaube ich, die Amerikaner dazu oder mittlerer Infrarotbereich. Also das, was man so fühlen kann als Wärme. Nicht totale Hitze, ich meine jetzt nicht hier ein paar tausend Grad oder sowas, sondern diese Wärme. Die haben wir den Ofen strahlen lassen und das dann alles gemessen. Wie das funktioniert, also wie der Versuch wirklich funktioniert, dazu werde ich hier auch links anfügen. Da stelle ich vor, was ich mit den Behältern gemacht habe und wie ich die hingestellt habe und so weiter. Folgendes ist passiert. Der Ofen hat also beide Behälter gleichmäßig bestrahlt. Und ich habe allebei die Celsius-Temperatur, Theta, gibt man die an, das ist wie so ein V, von CO2 bzw. von Luft gemessen. Hier waren wieder fast 100% drin an CO2 und hier ganz normale Luft. Schön trocken, ganz normal trocken, beide. Dass mir nicht jemand sagt, oh, da hat er Wasser reingefüllt. Es gibt ja Leute, die stellen das CO2 zum Beispiel her, indem sie hier Wasser reinkippen und dann noch Backpulver drauf und CO2 entstehen lassen. Da entsteht aber auch sehr viel Wasser. Solche Versuche sind gefälscht. Algor und Co. und was es alles so gibt. Na ja. Gut, also beide gleiche Ausgangsbedingungen, beide im gleichen Abstand zum Ofen. Beide wurden also bestrahlt, nicht mit dem Ofen in Kontakt gebracht. Und ich habe angefangen bei ungefähr 5 Grad. Ich habe die Dinger also draußen abkühlen lassen. Und als sie beide gleich warm oder gleich kalt, eigentlich muss man ja warm sagen, Wärme gibt es ja bis runter zu 0 Kelvin oder knapp an 0 Kelvin heran. Als beide dann gleich mit gleicher Temperatur, Eingangstemperatur herankamen, hat sich folgendes entwickelt. Und zwar die Luft hat sich ein Stückchen schneller erwärmt als das CO2, aber irgendwann haben sie sich dann beide angeglichen. Die standen eine ganze Weile vor dem Ofen, 10 Minuten ungefähr, 15 Minuten ungefähr. Das hat genügt. Der Unterschied Delta Theta, also der Unterschied zwischen den beiden Temperaturen, war ungefähr 1,5 Grad. Also hier kein Unterschied und hier dann später auch kein Unterschied mehr. Warum? Eigentlich ganz logisch. Irgendwann tritt Sättigung ein. Also das heißt, von der Geschwindigkeit her war die Luft ein bisschen schneller, aber das hat sich dann angeglichen. Gut. Also beide gleich. Ich habe mit einem sogenannten Pyrameter, das ist also ein Strahlungsthermometer, auch gemessen, von dieser Seite, wie viel Wärme noch durchkommt. Und die war grundsätzlich gleich. Was folgt aus der ganzen Sache? Gucken wir uns das mal an. Also letzten Endes, der Versuch, der erste Versuch, der ist bestätigt. Wir wissen ja, dass sichtbare und unsichtbare elektromagnetische Strahlung, Wärmestrahlung ist auch plus elektromagnetische Strahlung, die geht fast gleich durch transparente Stoffe durch. Ich werde hier oben nochmal einen Link anfügen. Ich habe auch schon einen Versuch mit anderer elektromagnetischer Strahlung, und zwar Funkwellen, mit 10 GHz gemacht. Und auch da konnte man mit einer Linse oder mit einem Spiegel oder mit irgendwelchen anderen Dingen, die diese Strahlung genauso beeinflussen wie Licht- oder Wärmestrahlung. Dass das auch mit Linsen geht, vielleicht kriege ich noch den anderen Link dazu unter, ich kann bloß 5 anfügen. Da werde ich also auch noch einen Link anfügen. So, letzten Endes, es wurde also von beiden Behältern fast nichts absorbiert. Fast. Fast komme ich noch gleich auf, warum fast? So, zweitens, CO2 lässt also Gegenstrahlung, die typische Wärmestrahlung, wenn die Sonne also den Boden erwärmt, den Erdboden oder meinetwegen auch das Wasser, vollkommen egal, diese typische Wärmestrahlung, wenn der Boden also warm ist, fast genauso wie Luft durch. Also, ob ich da 100% CO2 nehme oder Luft, ist fast schnuppe. Warum fast? Fast, das gilt bei CO2 nicht für gewisse Anteile im gesamten Spektrum. Also, ungefähr in diesem Bereich 10 bis 15 Mikrometer Wellenlänge, da gibt es ein paar kleine Einbrüche. Da lässt das CO2 nicht so gut, aber das ist so wenig, nicht so gut die Wärme wieder durch. Na ja, letzten Endes heißt es aber, wenn dieser Fastanteil, erstens am Spektrum, am gesamten Spektrum der Wärme, wenn er also nur so kleine Anteile beträgt, und weil dieses bisschen CO2, was wir haben, nämlich 0,04% der gesamten Atmosphäre, wegen dieses klitzekleinen Anteils, kann sich jeder vorstellen, dann ist der Effekt des CO2 als wirksamer Treibhausfaktor lächerlich gering. Und ein grüner Punkt. Gut, wie gesagt, hier oben habe ich links angefügt, aber ich werde jetzt zum Schluss noch links anfügen, die die ganze Sache noch ein bisschen untermauern, belegen und so weiter, wo man sich weiterbilden kann, oder wo man einfach mal gucken kann, was hat denn der Köhler für einen Versuch gemacht, der Mafi, ne? So, gut, Leute, ich wünsche euch was, denkt drüber nach und Kommentare. Ich werde nochmal unten reinschreiben, wann ich hier Kommentare nicht zulasse. Ich möchte es nicht wiederholen, da hat jemand geschrieben, wie viel Cyan Kali brauche ich, um Leute umzubringen. Solche Dinge, das geht nicht. Es geht auch nicht, dass jemand so blöde daherkommt und mich irgendwie beschimpft oder so, das lösche ich dann auch. Also, ich warne aber vorne, bloß eben bei solchen ganz argen Verstößen, dann natürlich nicht. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut, tschüss.